Ja, Sean, ich glaube es war eine sehr gute Leistung gegen die Tschechen. Ihr habt dort 0 zu 3 nach einer guten Leistung eigentlich verloren, aber jetzt zu Hause eine sehr gute Leistung abgerufen und auch die drei Punkte geholt gegen Trenetz. Wie wichtig war der Sieg für euch, wenn ihr in die nächste Runde gehen wollt? Jede Sieg ist sehr wichtig, wenn wir weiter gehen wollen. Aber heute ist ein neuer Tag, ein neues Spiel. Es ist der schwedische Meister, jetzt kommt die Zuschauer hier, wie ich gesagt habe, am Donnerstag wird eine sehr top Mannschaft. Sie sehen heute, sie werden sicher motiviert gegen uns zu spielen. Sie waren nicht zufrieden, dass wir in Schweden gewonnen haben. Wir müssen bereit sein, wirklich nach mal unsere beste Leistung zu bringen. Aber du hast bestimmt auch gute Sequenzen den Jungs zeigen können vom Spiel vom Donnerstag vor einer Woche, als ihr in Schweden wart. Weil da habt ihr viele Sachen gut gemacht, ihr wart sehr effizient, habt eure Torschancen gut genutzt gegen die Schweden und habt denen auch ein bisschen euer Spiel aufgedrängt. Aber sie haben auch seine Chance gehabt. Es ist sehr schwierig, so eine Mannschaft zu dominieren über 60 Minuten. Sie haben wirklich sehr viele Chancen gehabt. Wir müssen besser sein in unserer Abwehr heute. Wie gesagt, sie werden sehr motiviert sein. Sie wollen auch qualifizieren natürlich und sie wollen auch Revenge gegen uns für die Niederlage in Schweden. So wie gesagt haben, wir müssen alles vergessen. Es war super am Donnerstag, aber es ist vorbei. Und jetzt müssen wir weiterschauen auf unsere Aufgabe. Wie bereitet man, wenn man jetzt nur so wenig Zeit hat, ein Top-Spiel gemacht, vorgestern, jetzt heute wieder gegen einen europäischen Top-Gegner, vielleicht eine der besten Mannschaften in Europa überhaupt. Wie bereitet man sich vor? Man hat ja gar nicht so viel Zeit. Ja, wir haben nicht so viel trainiert. Wir sind nach der langen Reise, letzte Woche, sicher nicht so fresh. Aber gestern war es sehr leichtes Training. Es waren vielleicht sechs, sieben Leute, die nicht auf dem Eis, weil sie müde und ein bisschen leicht angeschlagen sind. Aber es ist business as usual. Jetzt, nächste Woche, wir haben Freitag, Sonntag und viel Dienstagspiel für 52 Matches. So, das ist business as usual, wenn wir spielen Donnerstag, Samstag. Also ihr gewöhnt euch schon an die kommende Saison durch diesen engen Rhythmus. Ja genau, das ist wie es ist. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Und wir haben nicht lange inzwischen die Spiele, aber das ist Eisshockey, das ist unsere Liga, das ist in jeder Liga auch. Wie gesagt, heute ist es ein grosses Heroes Forum für uns. Wenn wir das schaffen können, das wird sicher ein sehr positives paar Wochen. Aber wie gesagt, wir brauchen 100% Einsatz von jeder über 60 Minuten. Alles klar, dann freuen wir uns aufs Spiel. Vielen Dank.